Jo, hallo und herzlich willkommen, ich bin's Jürger, TobiTV und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg zum Joe, ich werde euch auf dem Weg einfach ein bisschen was filmen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim heutigen Vlog. Auf geht's Leute! Ja Leute, ich bin noch unterwegs und wer sich wundert, wann der Community-Track kommt, der kommt, nehme ich mal an, Freitag oder so. Also den muss ich nur aufnehmen und wechsel eventuell nur mal in den Beat, muss ich mal gucken. Aber der wird auf jeden Fall noch aufgenommen und der kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin jetzt noch ein bisschen unterwegs und wir sehen uns dann gleich beim Joe wieder, Leute. Bis gleich. Joe, es geht. Nix. Und was stehst du da so rum? Mensch. Ja, super. Ja, das sieht nicht so professionell aus. Ja, weißt du, fällt mir gleich auf den Kopf. Elektriker-Ausbildung, aber keine Glühbirne tauschen. Aha. Na, da ist ein Moral. Ja, ob ein Tobi reicht für eine Glühbirne, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, ob ein Tobi reicht für eine Glühbirne. Was sagst du? Nee? Scheiße. Jo, Joe. Was hast du eigentlich? Nicht geht doch. Ja. Wie viele Joe's braucht man, um eine Tür einzuhängen? Drei? Zwei? Was hast du dazu zu sagen? Weglaufen, ja, ist klar. Hm? Hey. Was ist los? Ja, Leute, von hier aus, ne? Wäre schon eine geile View für so eine Talkshow. Schreibt es mal in die Kommentare, was sagt ihr? Ja, Leute, wir verschwinden jetzt hier aus dem Büro, ne? Was willst du jetzt schon wieder? Ach, Musik ausmachen, ja, moin. Mann, 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 keine Musik mehr. Was sollen wir da mitmachen? Das ist ein sinnloser Vlog heute, naja, egal. So, Leute, ich glaube, man sieht mich gerade kaum. Bin jetzt wieder am Weg nach Hause. Und ich würde sagen, das war es dann auch von dem heutigen kleinen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Morgen wirst du einen längeren Vlog geben. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und dann sage ich einfach mal, haut rein, Leute. Und tschüss, euer Tobi TV.